Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Pixelmon. Wah, ich werde 25 angegessen. Äh, das ist Alola. Ja guck mal hier, der Palvin ist auch dabei. Und der muss mir jetzt sagen, ist das Alola oder ist das Shiny? Erstmal, ich hab nen Sova gefangen. Das ist fantastisch. Eben, mit nem Scheißwesen, mit nem harten Wesen, oh Mann. Das ist ja richtig, genau Kacke. Schade. Und das andere, ich hab noch eins gespawnt, aber das ist leider weg. Und das Wurmloch ist weg. Oh Mann ey. Ja, eben war hier ein Wurmloch und es ist despawnt. Ja, schade, soviel dazu. Hier hatte ich extra einen Shader ausgemacht, damit man das blöde Wurmloch sieht. Das ist halt, wenn wir alles so popling ausfallen. Was soll Shiny sein, was nicht? Ja, jetzt ist es vorbei. Ne, hier, da ist es, jetzt sieht man es nicht. Ne, da wo ich gerade bin, laut sie hier. Weiß nicht, ob du das willst. Das ist Alola. So, ne, dann will ich das. Und tschüss. Da ist noch eins. Da ist, hier ist das andere glaube ich. Ja, hier ist das andere, ich hab's gefunden, ist doch noch da. Hier ist aber auch eins. Ich spawne jetzt auf einmal so, ähm, Scharen. Ja, weil wir vorher nicht den Shader aus hatten, Schatz. Ist die da noch nicht? Ich mein so, ja. Wir spielen sonst immer mit Shader, dann sehen wir das doch nicht. Hä, die Pokémon? Achso, die Pokémon meinst du? Ich dachte, du meinst die, äh... Nein, ich mein so, boah. Ich hab keine Ahnung. Irgendein Update? Haben wir geupdatet? Ne. Dann kapier ich nicht. Äh, ja, wie baue ich mich denn jetzt auf? Ich hab jetzt mal den Shader gewechselt wegen den Wurmlöchern, dass man die auch sieht. Der Raytracing Shader funktioniert eh nicht richtig. Klingt aber gruselig. Ich hoffe, ich denk dran. Ich komm genau nicht dran. Fuck. Ich hoffe, ich denk dran, das zu ändern in der Beschreibung. Achja. Ja, und ich hatte vorhin vergessen, die Aufnahme auszumachen. Das heißt, ich muss schneiden überhaupt nicht. Ich krieg, das krieg ich natürlich nicht. Obwohl dasselbe Level ist und auch paralysiert ist. Das andere war mit einem Ball drin. Hm. Aha. Okay. Always. So. Dann schauen wir mal. Ach, schon wieder Minus-Spezialangriff. Komisch. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das andere ist sogar trotz. Das andere ist auf jeden Fall besser. Nämlich 44. Was hast du gefunden? Was ist Sylvium-Z? Was ist Sylvium-Z? Ah, das ist doch doof, ey. Naja. Was hast du gefunden? Sylvium-Z. Das ist ein Z-Stein. Für Z-Attacken. Hä? Wo hast du den Ding gefunden? Ja, hier im Wurmloch. Ach, du bist im Wurmloch, oder wie? Ja. Hä, wo ist noch eins aufgetaucht, oder wie? Hab ich doch vorhin gesagt. Hab ich nicht gehört. Wo denn? Dahinten. Hab ich dreimal gesagt. Ja, Entschuldigung, dass ich Sachen nicht höre, wenn ich selber gerade rede oder beschäftigt bin. War doch gar nicht der Fall. Ja, anscheinend ja doch. Ich hab's nicht gehört. Ja, auf jeden Fall kann man hier nicht fliegen, das ist schon auf den Arsch. Aber die haben eigentlich voll die geringe Spawnrate. Wieso spawnen hier so? Und machst. Wie komm ich hier wieder raus? Wieder durch. Oder, oder runterspringen. Glaub ich auch. Ja. 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 Das war ja mein Aufstieg da zu dem Dings. Ja, äh, was macht man jetzt? Wir haben so bestürzt die Aufnahme gestartet wegen dem Wurmloch und wegen dem Zoroa. Ja, wir wollten Pokémon sammeln für die nächste Arena. Ja, also ich hab für die nächste Arena, hab ich genug. Hm. Du musst mir sagen, was dir fehlt. Pflanze, Eis. Wir wollen nämlich die Boden-Arena machen. Oder Wasser. Pflanze fehlt mir. Ja, dann können wir einfach hier rumlaufen. Weiß hab ich genug. Oh, hier ist ein Kronio-Wild. Ja, das hab ich gerade auch von der Weitung gesehen. 39 könnte passen bei dir. Ja. Oh, das ist Pflanze. Ja, mein nächstes Scherz ist anders. Ich würd's schwächen. Nö, mach nicht. Na gut, denn ich. bin da noch nicht hingelaufen. Aber wir können einfach nach Süden laufen. Fast schon. Vielleicht so ein bisschen schräg. Hä? Was möchtest du denn von mir? Geh weg. Gehen sie. Hä? Achso, ein Boss. Da kann auch die gute Medu rein in den Boss. Ja, natürlich werden wir paralysiert. Natürlich ist der Tackle ein Volltreffer. Ein Glücksei. Nice. Was ist denn da Rotes? Oh, verpist dich. Ja, ich geh ja schon. Okay. Hä? Ach, das ist ein Megazubirus, glaub ich, unten irgendwo in der Höhle. Wenn er was effektives ging. Ja, hoppa, ne. Aber der hat keine Unlichtattacke. Ne, ist ja selber Unlicht, ne. But Green. Lass dich fangen, du musst checken. Oh ernsthaft? Ja gut, dann nimm das RIP, dann nimm das nur Fee, ne Schwäche. Den Attacken habe ich nicht. Die sind kleine Mist, stimmt. Da bist du eh noch beschäftigt da, ne? Ja, ein paar Stunden sind das schon nach vorne. Ich hab das Facken von diesem Vieh mit den Folgen ausfüllen. Ich hab keine Facken. Ich glaub ich den anderen Shader sollte das trotzdem passen. Na, wo ist es? Thurs auf jeden Fall. Was ist denn da, 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 da? Ne. Alter! Ja. Komm's irgendwo? Ja, wie kommt man jetzt? Scheiße. Jetzt ist die Sackle kaputt. Na ja. Eine Klasse. 32. Porygon? Weil... Ach doch, haben wir schon mal gesehen oder nicht hier oder? Was? Porygon. Boah, das weiß ich nicht. Boah, ist das für ein riesiges Wack-Mack. Tschau! Erstmal save-destructen. Pognodon. Bitte müssen wir schon mal vorne gehen. Jawoll. Klick. Stahl. Haha. Gut passen. Ja. Nice. 1500 Poke-Dollar. Aber was hast du? Aber was hast du? 1.500 Poke-Dollar. 1.500 Poke-Dollar. Nichts hast du? Wüssten du jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß so nicht. Im Wald. Keine Ahnung wo. Ja, bist du weitergelaufen? In welche Richtung bist du gelaufen? Ja, du warst plötzlich weg. Also bin ich auch weitergelaufen. Ich hab mich zurück teleportiert. Weil ich unten in der Höhle war. Und meine Spielzeuge kaputt war. Ja. Ja. Äh. Warte. Pokéball. Ah, ich hab die Option immer noch nicht geändert. Z807. Ich will gerne mal im Wald gucken nach. Pokémon. Ist auch ein Wald, oder? Bin am Wald. Ja, geh doch rein. Na mach ich doch nichts. Was ist denn das für ein Kackwetter überhaupt? Auch Nacht. Wollen wir mal schlafen? Hm. Das nervt, ey. Du bist Deutschland. Oh. Was ist das denn da? Was? Klicke die Klack? Oder klickt Klack? Oh. Ich seh nichts. Auch wieder in der Höhle, oder wie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das denn da? Ey, ist noch ein Kronio-Wild mit... ...pinkem Geweih irgendwie. Ja, das passt sich doch je nachdem an, wo es ist gerade, wenn sie es entwickelt oder so. Sieht... ...fetzt sich aus. Ich weiß, ich habe mehrere verschiedene gehabt, als wir letztes Mal gespielt haben. Auch ein Eisgrunio-Wild. Was kommt denn hier alles? Oh, ey. Dann läuft der Denner um. Pü-Graulon, Level 30. Okay. Ähm. Jetzt muss er auf jeden Fall abkönnen. Woll. Jetzt wird er kein Volltreffer. Woll. Perfekt. Woll. Perfekt. So. Woll. 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 Dann kommt die Dönerwelle. Oh, fuck. Und dann kommt der Super Ball. Also ich hab noch einen... Wissen was denn. Tuh-Kuh. Und dann haben wir einen Bül Graulern. Tuh-Kuh. Oh, hier ist Tentantle gespawnt. Hatte ich da die Vorentwicklung schon gefangen? Ah, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe das getötet oder so. Ich bin eben nicht darauf geachtet. Ah, 41. Das wird mir eh nichts. Das können wir gut besiegen. Melu, aber wir haben keine Bodenattacke. Sollen wir vielleicht trotzdem packen. Äh, wie Drachen, glaube ich, ist nicht effektiv. Äh, seit wann? Äh, Drachen hat Resistenz? Das wusste ich gar nicht. Äh, wie war das? Das ist nichts. Stahl gegen Stahl. Das ist ein viel grausam. Hab ich auch geil gefangen. Ich glaube, an und für sich habe ich genug Pokémon. Ah, jetzt noch die Arena anzufangen lohnt sie nicht. Nee, aber ich muss sie halt auch noch trainieren. Aber ich guck mal weiter. Ah, hier sind wir da. Eine Knolle. Ich denke, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich hab noch das ganze Zeug von letztes Mal dabei. Was ist das denn da? Ja, anscheinend. Ja, gut. Ja, anscheinend. Wo bist du denn lang gelaufen? Wie hier in der Züchtung? Hab ich nicht drauf geachtet. Schade. Ja gut, dann gehen wir weiter. Ich kann ja auch der Dings gehen, wo ich bin. Hast du da nur. Das können wir noch machen. Wie weit. Nein, was mach ich denn? So viel dazu. Er hat schon Level 50. Was ist denn da los? Und das hat mich um Notzlämlich und... ...Wesodüngend. Und der Rest kann ich mit Eis-Pokémon aufgeben. Die Bodenarren. Bist du gerade zu Hause oder wie? Nö. Unterwegs. Ich hab das gerade auf meinem Kopf. So. Ähm. Bin das nochmal durchgegangen. Wasser und Eis hab ich ja einige. Wollte nur noch ein paar Pflanzen befahren haben. Das hab ich ja jetzt drauf. Ja, die werden bestimmt Landhorn und so haben. Wasser, Elektro. Nein. Äh, was ist das richtig da? Der Boden. Der Boden. Das ist ein Relaxo gespawnt. Relaxo hab ich hier glaube ich noch gar nicht gesehen. Auch nicht. Nicht, dass ich müsste eben. Halt. Loil. Wo bist du denn? Was ich bin? Ja, nee. Das hab ich nicht gefragt. Wo du bist. Ich darf auch gerne sehen. Oh, Level 50. Hehehe, rip. Na egal. Aber gucken kann man zumindest mal. Au. Ach komm. Schnurrlachs. Ist das groß. Schmurrlachs. Das ist mal eine Tentantin. Oh, hier ist so ein Kass dafür. Ha. Das ist echt das auch. Das ist das erste Relaxo zu sehen, ne? Ja, ein Volltreffer. Das ist so ein Witz. Ne, ich glaube wir hatten schon mal eins gesehen. Ja? Also seit dem Neustart auf jeden Fall, ja. Aber allgemein hatten wir schon mal eins. Oh. 41. Oh Mann, oh. Oh. Da oben ist nur eins. Da ist es weg. Ich weiß nicht mehr, was das will. Ich tue es einfach nicht. Ich tue ein Eisbiom. Mit tausenden Rocket-Vertretern. Hä? Hä? Ach, das war dein? Du kannst keine Pokémon fangen, die einem anderen Spieler kämpfen? Hä? Du bist doch wo ganz anders. Hä? Was hast du gerade versucht? Hier Panikon zu fangen. Hä? näher ich mich nicht angekämpft ich wüsste wahrscheinlich hat es gerade mit dem Skogler gekämpft auf einmal kann natürlich sein oh Stelka ich würde mich definitiv verarschen ein Mogelbaum ist da gespawnt leid ach cool der wird 40 und ich war aber Gestein ne die Pflanze ich weiß aber ist trotzdem witzig Mogelbaum wir sind vorbei wer ist denn Mondstein von Leu okay zack brauchte man Aua den nicht für um um ne jippie jippie genau von Nidorino und Nidorina nige alles hohen a die Pflanzen hier sehen zum Teil so wie die Pflanzen hier sehen zum Teil so ein Tieren aus und ich bin weiter oft denken es wäre ein Pokémon ja das stimmt das ist richtig Günther es war doch gar nicht die Schäuble will um Schwerdung noch so langsam das Land der Lachse ist worden ist das noch dasselbe um das war eine andere Erkrankung bin ich mir relativ sicher aber auch 50 auch vielleicht sporn die nur mit 50 Prozent was ist das so wichtig ist dunkel und könnten so langsam ich will das da fahren da oben ich weiß nicht was das ist ich erkenne das von unten nicht oh nein es fliegt weg bleib hier das da oben ja jetzt ist weg der Flieger was da so schräg weg fliegt die Vorentwicklung von dem hier was höre ich denn hier im Gebüsch ich schimpel noch nicht ich schimpel noch nicht mega scaraborn aber legendär das kriegt man nicht ja dann kommt ich sehe nichts wollen wir hier einen Cut machen? oder sind wir noch nicht so weit? doch hat sogar gesagt wir können feiern gut dann beim nächsten mal gehen wir dann die Arena des Bodens an ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.